Ab 23. März im Handel. Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Die April-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden Gratis-DVD. Das Silber der Ostsee. Begleiten Sie Uli Beyer und den Meerforellenspezialisten Ralf Loops an den Rügener Ostseestrand. Erfahren Sie, ob sich Uli den Traum seiner ersten Meerforelle vom Ufer erfüllen kann und genießen Sie tolle Bilder bei schönstem Angelwetter. Mit der Pose auf Rotaugen. Kai Chalupa liebt das Angeln mit der Bolognese-Route, gibt am Main bei Frankfurt zahlreiche Tipps zum Thema und erklärt unter anderem, wie man die lästigen Grundeln vom Hakenköder fernhält. Profiliga. Die Auslosung. Spannende Partien, interessante Angler, viele Fische. Auch in die dritte Staffel der Profiliga starten wir wieder mit der Auslosung der vier Viertelfinalpartien. Zahlreiche neue Gesichter und spannende Paarungen erwarten Sie. Auf Achse in Italien. Starke Hechte, riesige Zander und ein beeindruckendes Panorama. All das und noch viel mehr fanden Matthias Fuhrmann und das Team der ASO am Lago Maggiore und am Luganer See in Norditalien. Fisch und Fun, das Erlebnismagazin für Angler. Die April-Ausgabe. Natürlich wie immer mit Gratis-DVD. Ab 23.03. überall im Handel. Jetzt Fan werden und keine Neuigkeiten verpassen. Facebook.com Fisch und Fun. Los. drinking unaonsense Weltcadian